Heute zeige ich euch, wie ihr einem Bild mit einer Glassphäre einen besonderen Kick verleiht. Denn wer will nicht ein bisschen mehr Wow in seinen Bildern? Als erstes müssen wir das Mädchen retten. Nicht im Superheldenstil, sondern indem wir es freistellen. Das bedeutet, wir brauchen eine Maske für den Bereich, in dem die Sphäre platziert wird. In meinem Fall betrifft das den Himmel. Falls ihr ein Bild ohne Personen habt, könnt ihr diesen Schritt überspringen. Und ja, die Auswahl des Himmels ist einfach. Ich gehe zu Auswahl, Himmel und voilà, der Himmel ist ausgewählt. Dann erstelle ich eine Gruppe und füge ihr eine Maske hinzu. Die Gruppe nenne ich Kugel. In dieser Gruppe erstelle ich eine neue Ebene. Dann nehme ich das Auswahl-Ellipse-Werkzeug, halte die Alt-Taste gedrückt oder Option-Taste und erstelle einen Kreis. Um den Kreis richtig zu platzieren, drücke ich die Leertaste und verschiebe die Auswahl. Nun fülle ich die Auswahl mit schwarzer Farbe. Ich gehe zu Bearbeiten, Fläche füllen, wähle hier schwarz aus und klicke auf OK. Jetzt kommt der Trick. Ich kapiere die Ausgangsebene und verschiebe sie in die Gruppe Kugel und nenne die Ebene Biegelung. Als nächstes verpassen wir dieser Ebene eine kugelformige Verzerrung. Ich gehe zu Filter, Verzerrungsfilter, Wölben. Ich schiebe den Stärkeregler auf 100% und klicke auf OK. Dann transformiere ich die Ebene. Ich drücke gleichzeitig STRG-T, COMMON-T, um die Größe der Ebene an die Größe des schwarzen Kreises zu verkleinern. So, hier noch und hier und hier unten. Ich halte die STRG-Taste gedrückt und klicke auf die Ebene mit dem schwarzen Kreis, um die vorherige Auswahl zurückzuholen. Daraus erstelle ich eine Maske für Ebene Spiegelung. Ich aktiviere die Ebene und füge ihr eine Maske hinzu. Die Ebene mit dem Kreis brauchen wir nicht mehr und ich schalte die einfach aus. Jetzt kommt der feine Schliff. Ich halte die Alt- oder Option-Taste gedrückt und klicke auf das neue Ebenen-Symbol. In den Einstellungen wähle ich den Modus Weiches Licht und aktiviere mit neutraler Farbe für den Modus Weiches Licht Füllen 50% Grau und klicke auf OK. Dadurch erhalte ich eine graue Ebene, auf die ich Deutschen Burn anwenden kann. Ich nehme einen Pinsel, schwarze Farbe, reduziere den Fluss bis zu 5%. Die Pinselspitze sollte weich sein und ich dunkle die Ränder ab. Jetzt nehme ich die weiße Farbe und helle die Mitte auf. Dann halte ich die Alt- oder Option-Taste gedrückt und klicke zwischen diesen zwei Ebenen. So erstelle ich eine Schnittmaske. Dann wird das, was ich gerade gemalt habe, nur auf die Spiegelung Auswirkung haben. Wenn das für Ihr Bild nicht ausreicht, könnt Ihr folgendes tun. Aktiviert die Ebene Spiegelung und klickt doppelt drauf und es öffnet sich das Ebenenstellbedingfeld. Hier aktiviert Ihr die Option Schein nach innen und wählt die Füllmethode ineinander kapieren aus. Dann könnt Ihr zum Beispiel die Farbe anpassen, wenn notwendig ist. Ich bevorzuge ein sehr helles Gelb, aber Ihr könnt auch eine andere Farbe wählen. Reduziert die Deckkraft ca. auf 50% und passt den Effekt an, indem Ihr die Größe ändert. Nun klicke ich auf OK. Ich werde gerne hier noch eine Ebene erstellen und dann nehme ich das Entfernenwerkzeug und entferne Ihr Kopf, weil das sieht ein bisschen komischer aus. So, sieht viel besser. Schauen wir uns das Vorher und Nachher an. Das war vorher und das ist nachher. Vor und nach. Ihr könnt jedem Bild eine solche Kugel hinzufügen. Vergiss aber nicht, den Schatten zu malen, wenn der Boden im Bild zu sehen ist. Das ist ganz einfach. Erstellt den Fakt eine neue Ebene unter der Kugel. Nimm einen Pinsel. Schwarze Farbe. Und meilt den Schatten. Ich ändere den Modus. Auf multiplizieren. Ich habe bisher noch keine Videos über Effekte in Photoshop gemacht. Normalerweise konzentriere ich mich auf meinem Kanal darauf, wie Retouche funktioniert. Erkläre bestimmte Werkzeuge, Ebenen, Funktionen und Berichte über Photoshop Updates und ähnliches. Deshalb wollte ich Euch fragen, ob Ihr Interesse an dieser Art von Tutorials habt. Soll ich mehr Videos über Effekte in Photoshop machen? Schreibt Eure Meinung in die Kommentare und ich verabschiede mich und vielen Dank für Eure Unterstützung.